Hier wieder. Und es gibt eine neue Version, wo doch einiges gemacht wurde. Unter anderem werden jetzt über dem Portal die Zeiten angezeigt. Es wird neu berechnet, wann neue Portale aufgemacht werden, dass die Zwerge auch wirklich wissen, wo sie hingehen. Hier gibt es noch ein paar neue Hotkeys. Also wenn ich jetzt einen Zwerg anwähle als Beispiel P drücke, läuft er sofort los und ist was. Ich muss nicht extra das im Kontextmenü machen. Aber trotzdem will ich jetzt ganz schnell meine Diamanten haben. Viele, viele Diam... Da sind noch welche. Die hätte ich auch noch ganz gerne alle. So, jetzt. Dann haben wir auch bald unser Level ab. Wir müssten also einen neuen Zwerg ausrüsten. Dafür brauchen wir allerdings bestimmt wieder... Wir haben eigentlich genug. Also wir hätten gerne Eisenspitzhacken. Davon brauchen wir glaube ich noch zwei Stück. Eins, zwei. Dann hätte ich gerne eine Eisenachst. Davon auch einfach mal ein, zwei Stück. So. Wie schaut es mit Leder aus? Haben wir bestimmt keins mehr, oder? Eins. Ja. Und da ist, was sie meinte. Also jetzt haben wir über dem Portal eine Zeitanzeige, wie lange das noch offen ist. Das ist schon mal sehr schön. Was ich jetzt noch richtig gerne hätte wäre eine Möglichkeit ein Portal zu schließen. Aber das geht nicht. Bisher. Oh, und der Shop ist offen. Genau. Gruns Shop. Wir haben 27 Goldmünzen und da können wir jetzt Zeug kaufen. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwann die Option kommt, dass man Gold kaufen kann für Real Life Geld. Das wäre nicht so schön. Aber sowas wie Wolle oder Leder wäre echt schick zu kaufen. Roten Diamant. Warum nicht? Naja, bin ich zu gierig. Kann auch. Was soll? Ich könnte jetzt mit drei Lachs kaufen. WTF. Äh. Ja, da gehen gerade alle Nackenhaare hoch bei mir. Also ich hoffe echt, dass man nie Gold irgendwie anderweitig bekommt als random durch Minern. Sonst ist das ganze Spiel für den Arsch. Was denkt ihr euch bei sowas, Jungs? Ja, okay. Warten wir mal ab. Vielleicht ist es ja echt nur so, dass man sich so kleine Schmankerl extra kaufen kann. Also von Gold, das man im Spiel gefunden hat. Random. Denn es ist ja vielleicht noch okay. Aber... Nicht drüber nachdenken. Ist alles gut. Echt traumatisiert von diesen In-Game-Shops. Das... Leben niedrig. Oh, du bist runtergefallen. Ja, okay. Portal. Und er ist sofort umgedreht und das Portal gelaufen. Oh, sehr schön. Ja, ja. Die Änderung gefallen mir. Ähm... Schass, da wollen wir nicht mehr. Ja, es gab... Weiß ja nicht. Wo laufen die eigentlich gerade alle hin? Achso, hier. Machen wir hier auch nochmal ein Portal hin? Achso, du schläfst. Wow, das war ganz schön knapp. Weg, 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 weg. So. Ausrüsten. Wir wollten Ausrüstung verteilen. Äh... So. Frank, du bist unser erster Zwerg. Ernsthaft? Was ist denn mit Rick passiert? Oder Eric? Oder wie er hieß? Okay. Der ist wohl weg. Du... Du... Wir brauchen noch mehr als Nächste. Auch noch viel mehr als Nächste. Äh... 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 So. Wir brauchen noch eine Pickaxe. Also eigentlich zwei, weil wir bald ein neues Werk bekommen. Zwei Pickaxe und Äxte und überhaupt. Also Pickaxe. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei davon. Eisnaxt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei davon. Wir haben es ja. Oh, grüne Diamant, schwarze Diamant. Ich glaube, wir können das Portal gleich bauen. Statue... Ledersessel. Unser gutes Leder. Ist doch doof. Mist. Ledersessel. Ledernadelbretter... Holz. Muss hergestellt werden. Ist okay. Okay. Ausrüsten. Du hast Eisen, Eisen. Eisen, 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 Eisen. Ihr braucht noch Schwerter. Sehe ich gerade. Also, nächstes auf der Liste sind die Schwerter. So, so, so. Wir brauchen noch mehr Äxte. Das ist echt krass. So unter ausgerüstet, wie wir sind. So unter ausgerüstet, wie wir sind. Stahlschwert. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen auch noch eine für die Statue, ne? Mal gucken. Oh, die müssen erst mal hergestellt werden. Ja, ey. Unser Schmied hat eine Weile zu tun. Ist okay. Und ich glaube, durch die ganzen Diamanten, die wir jetzt hier abbauen, werden wir auch genug haben für das Portal. Zumindest für ein, zwei Teile vom Portal. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Also, ob die Zwerge hinlaufen und das richtig setzen oder ran bauen oder ob es magisch da angebracht wird. Wo bist du überhaupt? Da bist du. Erstes Teil des Portals. Stahl und den Rest haben wir. Ja, auch echt nur Stahl. Okay. Stahl. Ja, davon haben wir noch nicht mehr so viel. Alle brauchen mehr Kohle, mehr Eisen. Das dürfte nicht so was Problems werden. Da, Portalteil. Ah, Stahl muss ja auch hergestellt werden. Oh, okay. Zeit für Speed mal zwei. So, ich hole das da alles. Und dann hätte ich gerne mehr Eisen. Also hier, hm? Ja. So, baut mal das hier alles ab. Koko Zwerge, Koko. Dann lassen wir das da weg, genau. Und das und das. Und dann kriegt ihr neue Scaffholdings. Und dann könnt ihr auch noch das und 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 das machen. So. Oh, dramatische Musik. Das heißt, es ist Nacht geworden. Aber das ist für uns nicht mehr so wirklich schlimm. Gegrilltes Fleisch. Ich kann das nicht mehr sehen. Ah, ist für eine Aussage von einem Zwerg. Das geht ja immer gar nicht. Bier. Wir haben keinen Fass. Fischeintopf. Wir haben keinen Fisch. Gemisch. Gemisch der Salat. So. So, so, so. 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 Sofa. Sofa kann da hin. Paoli das ist. Ihr habt nix zu tun. Das glaube ich heute nicht. Äh, Licht. Po. Ups. Po. Eh. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Level 8. Vier gewöhnliche Hemden haben wir bekommen. Was? Okay. Das mit den Hemden ist komisch. Äh, aber okay. Geht mal Holz haken. Habt ihr was zu tun. Tür ist offen. Du bist beschäftigt. Kohle. Ja. Kohle wäre ganz nett. Du wirst angegriffen. Was? Oh, ganz viel Zeug zu bauen. Ah, er wurde wahrscheinlich wieder vom Geist angegriffen. Oder so. Oder vom Käfer. Ja, Käfer wahrscheinlich vom Baum. Okay. Ähm. Kohle. Hier schön Kohle. Und da haben wir Jungs. Chop, chop. Wollt ihr nicht? Hm. Na gut, dann nicht. Nehme ich aber einen ganzen Scarf Holdings wieder mit. So, so. So, so. So, so. Hatten wir gebaut. Hm. Teil 1 des Portals. Das will ich doch mal bauen. So, so, so. Wir haben immer noch ein echte Steinproblem. Das ist ganz schön albernes. Grüner Diamant, der nicht grün ist. Gold. Mitril. Hier. Schwarzer Diamant. Bauen. Klopp. Und dann wird einfach hingeschmissen. Schade. Na gut. Dann meine Zwerge. Bitte mehr Kohle. Und wir haben's Tag. Ich hätte gerne das hier alles weg. Damit wir uns zum Stein schon mal keine Gedanken machen müssen. Wir müssen nur unbedingt die Wände dahinter auch abbauen. Sonst haben wir ein altbekanntes Problem. Ja, und die Hühner können auch ruhig alle sterben. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Ganz schön. Zäh, die Viecher. So. Das ist auch noch weg. Und dann sind wir fertig. Fürs Erste. Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Ausrüsten. Wo kommen die Goblins jetzt aber einmal, ja? Ich hätte gerne eine riesige rote Warnmeldung auf dem Bildschirm. Goblins sind da. Sie überfallen dein Lager. Achtung. Diesmal auch direkt im Lager. Nee. Ja, schön fliegen. Nicht sterben. Töten. Töten, 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 töten. Komm, fang den ab. Hey. Das war ganz schön geschickt von ihr. Aber da können unsere Zwerge doch mithalten. Nö. Die fallen überall runter. Oh, oh. Sieht nicht gut aus mit seinen Lebenspunkten. Ich wollte gerade sagen, lauf weg. Töte was. was machst du da nach wegen dem bogen ja hier so schäfte wird auch mal ab das was ihr habt ihn fast okay erst mal einen kleinen kram haben wir jemanden verloren nö acht okay so wir haben keinen verloren und alle sind tot so muss es sein trotzdem eine ganz schöne überraschung also alle die schlafen müssen schlafen du nicht du gehst schlafen du schläfst du gehst schlafen du gehst schlafen du gehst schlafen du gehst schlafen doppelte Geschwindigkeit und du haust allein das Lager kaputt das könnten wir da waren gib ihm gib ihm können wir währenddessen irgendwas sinnvolles bauen ja das nächste Portalteil mit 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 jetzt auch ein roter jemand und gold blauer jemand da teil nummer 2 von 5 jetzt wird es am wir haben wieder genug für stahl du da 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 ja alles mit stahl herstellen wie sieht es mit dem Lager aus Lager ist kaputt aber so viel tolles Zeug hat da nicht drin gewesen zu sein das da bitte noch weg ja dann war das nochmal eine sehr produktive Folge würde ich sagen Koppelinversion zurückgeschlagen zwei Portalteile gebaut du kannst mal weg und die dem Lager Ressourcen abgebaut ja sehr schön dann bis gleich bis gleich